Nach zwei Tagen hat der Schnee geklärt. Der Klima hat schnell verändert. Der Schnee hat in den Kasteln gebrochen. Ich musste die Erkrankung finden und die nächste Erkrankung überwinden. Und hier müsste doch irgendwo das Flugzeug aufgestürzt sein. Ja, da ist es. Wenden wir da mal hin. Ja, beim letzten Kapitel hat man nämlich gesehen, wie das krasse fette Teil abgestürzt ist. Was mich hier auch ein bisschen wundert, irgendwie auch kein Pilot. Komisch, ich meine, das Ding fliegt ja nicht von selber. So, dann gehen wir hier mal weiter. Aha. Was ich auch richtig geil finde, sind hier diese Physik-Effekte hier, zum Beispiel hier mit dem Tuch hier. Voll geil. So wie eine Atmosphäre sein muss. Mal gucken, ob wir hier irgendwie reinkommen. Ich denke mal, hier können wir nicht. Warte mal. Wie hat er jetzt irgendwas gefunden? Ähm. Okay, hier ist weiter nichts. Können wir hier irgendwo rin gucken? Ne, auch nicht. Ne, hier ist weiter nichts. Können wir erstmal raus. Alles. Alles eingefroren hier. Gucken, ob wir hier hochkommen. Ne, hier ist nämlich schon dicht, genau. Ne, hier ist zu. Ne, rennen wir mal hier hoch. Was hat denn das für einen Sinn? Hä? Komisch. Da ist noch eine Tür. Oh, da kommen wir ja so darin. Sehr schön. Ne. 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 hier führt das zu Ja, das war zum Fressen hiervon. Oh, Alter, jetzt sehe ich gar nichts mehr. Okay, da ist der Weg. Muss man rückwärts suchen, ich komme gar nicht nach links. Nee. Oh, Alter, uh. Damit habe ich jetzt... Ist jetzt offen, die Tür. Naja, das kenne ich noch gar nicht. So, da wittet schon mal nicht lang. Nee, hier ist gar nichts. Ich klicke hier wie ein Bescheuerter, ist nichts. Komm, ich mache einfach mal weiter. Raus hier. Eigenartig. Eigenartig. Oh, komm mal, hier hinten lang. Naja. Genau, hier waren wir noch nicht. Da oben ist noch was. Na, was haben wir hier? So, aber hier können wir nicht betätigen wollen, ne? Es ist nicht öffnet. Es ist ein Schmerz. Es ist ein Schmerz. Es ist ein Schmerz. Oh, Scheiße, die Brücke ist eingestürzt. Da kommen wir also nicht rüber. Oh, fuck. Denke mal, da drüben wird auch nichts sein. Äh. Naja, gehen wir einfach mal weiter. So. Gehen wir mal hier hoch. Dann war hier nichts. Oh, also wieder zurück. Wo lang? Da ist auch nicht lang. Na, hier waren wir noch schon. Eingartig. Eingartig. Hm. Ich bin jetzt ein bisschen überfragt. So, da kommen wir ja ohne schlank. Ich glaube, es geht doch, das geht hier weiter, ey. Ist dann. Eingartig. Ich bin jetzt nicht dran. Währendst du gleich so ein bisschen überfragt. Ich glaube, da kommen wir mal rein. Und hier sind jetzt die Brücke hin. Und dann können wir natürlich auch das gerne machen, aber dann können wir da mhm, shit oh, da lang kommen wir nicht hier unten war doch weiter nicht, ey, hä? da haben wir da eine Tür übersehen ey, ich muss die schon sie mal runter machen weil ich sie hier überhaupt nicht, ey geht's auch nicht weiter ich kau' keine Taschenlampe, nicht, ey ne, dann geht's da unten auch nicht weiter, komisch hmm 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 Da war weiter nuscht, ey. Na, irgenartig, ey. Oh, fuck. So, was haben wir hier freigeschaltet jetzt? Na. Hm, ist ja geil, ey. Was ist da hier irgendwo weiter gehen? Ach, Mann, ey. Ach, Mann, ey. Ach, Mann. Ach, Mann, ey. Ach, Mann! Ach, Mann, ey. Ach, Mann, ey. Ach. eigenartige versteht nicht doch mal du arsch hätte ich da lange suchen können die 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 Musik Boah, der hätte ich gar lange suchen können, aber... Level 8, Minus 15, 20 Uhr Musik 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 Musik